21 15 es wird schön es wird schon die bäume vielleicht nicht so nah pflanzen das macht nichts oh mein gott was den ach so toll bisschen du nicht nö einzig aber ein bisschen also angespannt schon Bisschen angespannt. Ja. Oh, das Wetter wird besser. Oh, das Wetter wird besser. Ja, das ist gut. Weil man hat das so oft in der Horde, dass dann irgendwann... Habt ihr Blöcke dabei, falls einer runterfällt? Genau. Beringer sagt, ob wir Blöcke dabei haben, einer runterfällt. Ich hab Rahmenblöcke. Ich hab auch dabei. Pächelt meine Hand drinnen Luft zu und man reiche hier einen starken Zuckerkaffee. Das wird. Das wird. Wir stehen hier oben safe. Also, da mussten wir keine Gedanken kommen. Aber ich schick euch sowieso vor. Das wird schon. Nicht das Atmet vergessen. Genau. Nicht das Atmet vergessen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich hab tatsächlich geschafft, in diesem Stream meinen Kaffee leerzudrücken. Yeah. Ich bin fast stolz auf mich. Ja. 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 Ich werd zwischendurch auch mal aufhören zu schießen und euch mal ein bisschen einfangen, damit die auch sehen, wie ihr schießt, ne? So. Hallo. Hallo. Sonst sehen sie nur dilettantisches Ziel. Ach, Quatsch. Ich kann auch noch nicht so gut zielen, glaube mal. Aber treffend. Ja. Ziel ist nicht so wichtig. Treffen wir es wichtig. Semi, Semi. Semi. Dann, gleich geht's los. Hurra. So, Buche in die Hand. Yay. Zack. Hast du dein Lichtchen an am Kopf? Ich glaub schon, oder? Ja. Deine Stirn leuchtet. Sehr schön. Du bist so hübsch und pink, ey. Meine pink lady. Naja. Oh Gott. Oh. Ich hatte eben Fries. Wir haben noch so blaue T-Shirts und sowas. Da kannst du deine Hose entweder grün lassen oder auch blau färben. Stimmt. Man muss ja ganz gut machen. Ja, konnte ich das vielleicht mal machen. Ja, nee. Ich hab eis Hände. Ich hab wirklich eiskalte Hände. Mir ist voll warm. Voll warm. Ja, ich hab, oh Gott. Rams. Oh Gott, die Musik. Es geht los. Na, mal gucken. Ich hätte sie noch nix. Da hinten kommt was. Hier, da. Die so rennen die so. Die haben's eilig. Was? Oh, hier unten. Ja. Die herrschaft. jetzt schaffeln doch nicht nur mädel was kommt denn hier alles an die wickeln aber beim laufen bisschen ja finde ich auch ja 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 warte warte steh doch nicht noch mal auf oh Gott was habe ich jetzt da für eine Was hat denn? Ich hab da irgendwie einen... Wie? Wo? Ja, da oben. Das ist doch gut. Das ist doch auch da. Soll das dann auch noch das. Oh, hier kommen auch noch welche, hier hinten. Oh ja. Hey, lady. Wo ist man? Wo ist man? Oh, hier. Oh, hier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da passen nur sechs Kugeln rein, ey. Sechs Stück, ja. Bei der Pistole. Aber hast du nicht auch ein Gewehr? ja ich habe am anfang mit dem gewehr geschossen ich wollte das mal abwechslung reinbringen ich bin runter gefallen nein wir haben baum gefällt ich muss das gewehr nehmen ja solange die nicht zu mir laufen ist doch in ordnung ist wieder hoch wie soll ich jetzt hochkommen mit den bausteinen alles gut ja der sieht so aus verschwinden die ganze schnelle merklich da hinten dahinten da muss da die ganze batterie scheiße wo das sind die auch untergefallen prächtig mannungen machen das hier oben das ist ein bisschen viel vor unten was macht man das? kein Bock mehr ich bin durch die lücke gefallen da ja ich auch das ist da wo ich habe glaube ich einen Rachen vor und weggenommen und ich habe noch vorhin gesagt das wird ja nicht passieren verstehe das gar nicht ich habe den bogen in der hand ich weiß es auch nicht guck mich an neu verhandelt bin du bist eine dumme Nose nö auch keine schizophrenia die Fall Ah, ich bin so. Die hohen. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. ja ja deswegen von wegen wir sind mehr auf der wir sind mehr auf reparieren ich habe nicht mehr viel munition leute das geht aber also ich finde es geht noch ist es gut reparieren dadurch dass sie so langsam sind ist das doch kein problem ja ich finde schon besser um zu stehen aber man kommt ja jetzt ja wir sind überall holz momentan ist möglich was doch das war's ich glaube das war ich wahrscheinlich ja bei mir kommt keine höhere nicht hatte ich schreibe jetzt er nur sieht er nur sieht flecke auf die spikes und dann leid ja auch nicht mehr steinfall das haben wir schon mal die gelben säcke ach so ich wollte gerade sagen kommen wir runter hier die ja ich werde nicht runter kommen bis ich vorbei ist das ist nicht weil da kommt nichts kommt schnell du kannst was ich mach dir auch ein bisschen einsammeln hier die ich will ja genau hier guck mal im sonnen und allein genau ich bin unten ich bin ich bin ein also hier ist auch noch einer voll verbände nicht auf der sack geht nicht auf wie der sack geht nicht auf und mal gucken jetzt war der selder hat einen sauer nachzunehmen hier hinten ein paar mal gedrückt ging nicht auf andrina bevor der nämlich weg und ich brauche nämlich irgendwann sporn die weg jede menge zeug ich habe da noch irgendwie ein helm oder irgendwas ja 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 das war nehmen schon mal ein bisschen holz 9 mm auch bei nacht 49 verheizt ja ich fand jetzt nicht so dramatisch weil er kam noch da kam noch eine ganze menge und ich habe nur mehr rechts geguckt bei dir dann links geguckt bei gritt recht gut bei dir ich will schlags minute war super du hast dich super geschlagen ja finde ich auch ja wirklich gut wie wir haben es auch noch ganz entspannt im stream geschafft das war jetzt die erste ich möchte nicht wissen wie schlimm dann die nächsten werden es werden wir kommen und die werden natürlich mit der zeit auch stärker das ist ganz klar aber wir werden ja auch stärker und haben später auch bessere waffen besser also munition genügend und dann ist das eigentlich dankeschön für den follow fan hier vielen dank für den folge dankeschön hier sollte ich jetzt nicht runterfallen dann ja was ich sagen kann ja ich brauche hier schon mal geht das gitter wieder ja das holz wieder einstecken du hast jetzt eine fünfte oder sechser höhe bei dem turm wenn wir jetzt die nächsten horten machen müssten wir das rein theoretisch höher machen oder nicht unbedingt nicht zwingend wartet auf die geier wir hatten kein geier aber zwischendurch habe ich gedacht ich hab den hund gehört also kann da hin möglich ist das fertig also geschossen haben mal kein geier von daher also im grunde genommen reichen kannst auch zur sicherheit wenn du sagst du fühlt sich sicherer sechs machen aber mehr braucht man eigentlich nicht die fangen manchmal an aufeinander zu klettern das machen die schon da guck mal 1 uhr 30 und wir sind durch war ja auch die erste mit den nächsten nächsten nächten wird das dann schon ein bisschen ja genau das war jetzt noch das war jetzt hier ist das ist sehr gut geschlafen ja finde ich super gemacht super gemacht fackeln auch eingesammelt den block lassen wir natürlich stehen ja für den fall aller fälle und so ja vielleicht ein jahr wenn wir das noch schaffen und schafft ausbuddeln morgen ja ein schatz können wir haben jetzt immer noch 20 mit also etwas über 20 minuten ja der ist hier um die ecke direkt ja meiner auch noch ein bis zwei nächte noch ein bis zwei nächte und ihr habt bis vier zu tun ja 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 auf jeden fall ja das kommt dann relativ zügig würdet ihr mal bitte bleiben erstes tut nacht du bist doch direkt bei mir acht meter drei meter auf meinen rücken wir nehmen sich als zentlisch in die mitte ich bin da schon gleich zu hause ja oh gott und dann haben wir überraschungen sind welche wollte ich gerade sagen was passiert wenn wir jetzt hier zu hause sind und die kommen die wurde ist vorbei ja die wurde ist vorbei da muss man sich keine gedanken haben wir die restliche nacht chill out genau wird so und habe ich denn alles schön als eingesammelt ich habe hier so eine bergbau helden und das bei bergbau helden bremmer und die gelbe helden 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 habe ich auch also als mod aber ach so ja was macht die warte macht ja da hast du einen gelben bergbau helden auf rüstungswert leistung ja das ist irgendwie mit mit genau das widerstand ausdauer geht aber runter beweglichkeit geht runter und geräusch erhöhung ist auch plus zehn prozent diese klamotten die wir an haben geht ja kaputt nein man die rüstung manche also zum beispiel diese kapuze die du an die rüstung geht kaputt aber das t-shirt oder die hose das geht nicht also ich hab da auf den oft geht gar keine balken auf den auf meiner kapuze zum beispiel kein balken dann nimmst du bist du aber zum reparieren ins inventar nehmen muss meine klamotten auch reparieren sich gerade weder habe ich noch die kisten jetzt muss dieser tieren bei gelegenheit wo ist sie denn jetzt die habe ich dann heil wieder auf jacke hat keinen balken was du auf dem kopf zum beispiel auch die die handschuhe die du an hast du hast ja auch handschuhe an und da hast du bein schienen an bein schieren das muss reparieren wenn die aus metall sind mit alteisen also mit eisen und die stoff sachen mit stoff ja ich habe alteisen sachen aber wir haben ja noch gar keine alteisen nein aber du kannst du den normalen das normale eisen nehmen haben wir denn schon heißen natürlich diese dinge hatte ja ja warte warte ja ich weiß was wo merkt man hier ist nämlich ein blaues t shirt drin oder da kannst du mal weiße grün oder blöd ja ja meine kapuze ist auch fast kap heißt da reparieren aber wir hatten doch da beim extra hat das ist schon eine extra kiste aber das kann da rein macht das jetzt bei teile rein die schuhe sehen weil sie sich aus mit der kapuze von der brille in der in der hier unten unter der teile kiste war nur in den kisten mal da rein ja genau ein blaues t ich jetzt so wenn man das mal das inventar verändert und dann nimmst du die farbe raus machst du dann in die hohe auch wieder mit verändern und so das war cool auch der team geht schlafen gute nach über jason schlafen was hättest du von einem schönen spiel lieber jason ja mal kurz viel weg hier habe ich jetzt gerade mal in den chat geschaut muss ich mal probieren dieses interessant ids aus dieses diesen ids nach die gut nacht verstehe ich jetzt nicht den witz der stimmen wagen hat noch mal erklärt ich habe raus zu nehmen nein ich noch eins drin im bleiben ich habe mich verdrückt ja macht dann naja wir finden so später so viel sagen ja ja die college jacke hat glaube ich gelb hier ist übrigens eine college jacke drin ja ich finde die hässlich ich bin nicht so schick die ist grün ich stehe jetzt mal nicht hier in der nähe nicht gut verstehe selber nicht was gut lieber jason dann schlimmer gut und süße träume dir was sollte ich denn jetzt kommt weg na dann schlaf und gut nach gut nach gut die kacke ladies bleibe ich lieber am t-shirt ladies ja da sind mutten mutten 1 1 jeder 1 und und